Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Video aus der Klimaheldenschmiede. Mein Name ist Olli und ich leite das Partner Experience Management für Bosch Home Comfort in Deutschland. In den letzten Videos haben wir euch gezeigt, wie wir euch mit Tools und Services aus der Klimaheldenschmiede genau bei den Schritten unterstützen, die vor der eigentlichen Installation stattfinden. Und heute geht es ums Eingemachte, denn heute beschäftigen wir uns mit der tatsächlichen physischen Installation und wie wir euch mit Tools und Services aus der Klimaheldenschmiede vor Ort beim Kunden auf der Baustelle unterstützen. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Den ersten Service, den ich euch vorstellen möchte, ist der Bosch Fundament Service. Das Thema Fundament ist ja erst im Zuge der Luft-Wasserwärmepumpen aufbekommen, weil wir jetzt eben nicht nur mehr eine Inneneinheit haben, sondern auch eine Außeneinheit, die sicher auf dem Fundament platziert werden möchte. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal direkt an, was der Fundament Service für euch tut und vor allem auch, wie ihr den Fundament Service bucht. Den Fundament Service findet ihr bei uns im Partnerportal, entweder klassisch oben über den Schnellzugriff Service und dann Fundament Service oder die passende Kachel auf der Startseite. Den Fundament Service bieten wir in zwei Stufen an. Die Stufe eins ist eine reine Lieferung von dem Fertig-Fundament, passend für all unsere Monoblock-Außeneinheiten von allen Luft-Wasserwärmepumpen. So ein Fertig-Fundament hat einen riesen Vorteil, wenn wie der Name schon sagt, ist es fix und fertig. Vor Ort muss nichts gegossen werden. Ihr könnt es direkt einsetzen bei Schnee, Gefrost, bei Regen, völlig egal, wie die Rahmenbedingungen sind. Und die Außeneinheiten von uns passen wirklich passgenau drauf, das heißt vorgebohrte Löcher, Leerhülsen drin, so dass ihr die Außeneinheit direkt verschrauben könnt. Wenn ihr sagt, ich möchte nicht mal das tun, auch kein Problem, dann haben wir mit der Stufe 2 den Full-Service für euch. Und zwar kommt dann ein Kooperationspartner zu euch vor Ort und übernimmt genau die Schritte. Den Erdaushub, packt Drainage-Keys letztlich in den Erdaushub, setzt einen Leerrohr für den Kondensatablauf und platziert dann das Fundament, so dass ihr direkt übernehmen könnt und die Außeneinheit auf dem Fundament platzieren könnt. Gebucht werden beide Services über ein Auftragsformular, das wir verlinkt haben, wo ihr einfach die Rahmendaten eingebt und dann wird euch entweder das Fundament zugeschickt oder es meldet sich der Kooperationspartner bei euch, um mit euch einen Termin auszumachen. Mit dem Service wollen wir eben, dass ihr euch auf die Kernkompetenzen fokussieren könnt und jetzt nicht auch noch zum Gala- oder Gartenbauer werden müsst und euch mit lästigen Fundamentarbeiten beschäftigen müsst. Deswegen Bosch Fundament Service, eine coole Sache. Probiert es aus. Damit wir euch auch live vor Ort auf der Baustelle beim Kunden unterstützen können, haben wir drei Mobile Apps, die euch während der gesamten Installation zur Verfügung stehen. Das ist einmal die Easy-Contact-App, einmal die Easy-Doc-App und die Easy-Partner-App. Die Easy-Contact-App, und jetzt machen wir das Ganze hier einfach mal direkt auf, ist euer direkter Draht zu unserer technischen Beratung oder dem Kundendienst. Ganz einfach über die App entsprechend auswählen, technische Beratung, um welches Produkt es geht und schon habt ihr den direkten Draht. Und oder ihr wollt eure Kundendienstaufträge einsehen, dann könnt ihr auch das hier entsprechend tun. Gebt eure Kundennummer ein und schon seht ihr die Übersicht über eure laufenden Kundendienstaufträge. Jetzt gehen wir zurück und schauen mal uns in die Easy-Doc-App rein. Die Easy-Doc-App ist sozusagen euer digitales Archiv mit sämtlichen Produktunterlagen, mit Produktvideos, Installationsvideos, die euch zur Verfügung stehen. Ihr könnt entweder einfach den Code auf dem Produkt scannen mit dem passenden, mit der Scanner-App oder in Kategorien eben schauen, um welche Produkte es sich handelt und findet dann entsprechend alle Informationen dazu. Die dritte App ist unsere Easy-Partner-App und das ist sozusagen eine abgespeckte, mobile Anwendung unseres gesamten Partnerportals. Ihr habt einmal oben im Prinzip die aktuellen News und Kampagnen, die ihr euch anschauen könnt oder eben, und dafür ist es vor allem ideal, könnt ihr eure Produkte ganz einfach über die Easy-Partner-App registrieren, Seriennummer eingeben oder sogar das Typenschild entsprechend abscannen, noch die Installationsdaten eingeben und schon werden alle relevanten Daten übernommen. Das heißt, auch vor Ort beim Kunden seid ihr mit unseren Apps bestens aufgestellt. Habt ihr das neue Heizsystem fix und fertig installiert, gefüllt und entlüftet, gilt es, das neue System in Betrieb zu nehmen. Und auch hier unterstützen wir euch mit der Inbetriebnahme und der Inbetriebnahme Plus. Braucht ihr Unterstützung dabei, dann könnt ihr die Inbetriebnahme ganz einfach entweder über die eben gezeigte Easy-Contact-App oder über das Partnerportal beauftragen und dann entsprechend einen Termin mit unserem Kundendienst vereinbaren, der dann zu euch vor Ort kommt und euch bei der Inbetriebnahme unterstützt. Sagt ihr, hey, das ist cool, dass ihr uns unterstützt, aber ich würde gerne letztlich die Expertise erlangen, um dann auch die Inbetriebnahme eben komplett selbstständig durchzuführen, könnt ihr ganz einfach die Inbetriebnahme Plus zusätzlich buchen. Hier nimmt sich unser Kundendienst dann ausführlich Zeit für euch, weist euch ein, geht mit euch Step-for-Step durch die Inbetriebnahme so, dass ihr für künftige Inbetriebnahmen bestens aufgestellt seid und das eben auch komplett alleine machen könnt. Als letztes möchte ich euch unseren neuesten Service vorstellen, auch wenn der einen Schritt umfasst, der eigentlich ganz am Anfang von so einer Installation entsteht, nämlich bei der Demontage und Entsorgung des Altsystems. Und hier haben wir mit dem Bosch Recycling Service und mit dem Bosch Demontage Service gleich zwei passende Services für euch, die euch entlasten und vor allem eure Mitarbeiter entlasten. Denn so Altsysteme können ja ganz schön schwer sein. Und hier unterstützt euch der Demontage Service dadurch, dass unser Kooperationspartner genau diese schweren Lasten aus dem Heizungskeller rausträgt, fachgerecht entsorgt und euch dann einen entsprechenden Entsorgungsnachweis zukommen lässt. Und noch besser, wenn ihr jetzt sagt, ja, ja, Altsystem raustragen ist ja schön, aber trotzdem müssen wir noch diese schweren neuen Lasten reintragen. Auch hier unterstützt euch unser Kooperationspartner beim Bosch Demontage Service und trägt auch das neue System rein. Buchen tut ihr das ganz einfach, wie immer, über unser Partnerportal. Hier haben wir wieder unter Services den Demontage Service drin und über die entsprechende Kachel im Portal. Auf der Startseite ganz einfach den Demontage Service. Könnt ihr euch hier nochmal alles in Ruhe durchlesen, das Paket, das ihr haben wollt, entsprechend auswählen und dann über das Auftragsformular entsprechend den Demontage Service in Auftrag nehmen. Jetzt gibt es aber natürlich auch Themen und Sondermüll sozusagen, der nicht einfach entsorgt werden kann und wofür ein entsprechender Schein notwendig ist. Und hier kommt dann der Bosch Recycling Service zum Zuge. Auch diesen bucht ihr ganz klassisch über das Portal und hier können Wärmepumpen inklusive Kältemittel entsorgt werden oder auch Solarthermieanlagen inklusive eben dem Solarfluid. In Summe also ein Service, der euch die Arbeit noch leichter macht und euch bei schweren Lasten, die ihr tragen müsst oder bei der Entsorgung von entsprechenden Sondermüll wunderbar unterstützt. Der Bosch Demontage Service probiert es aus, holt euch die Unterstützung. Das war's schon mit einem schnellen und kompakten Überblick über alle Tools und Services aus der Klimahellen Schmiede, die euch bei der Installation unterstützen. Und wie ihr am Beispiel von unserem neuen Bosch Demontage Service seht, ruhen wir uns auch nicht aus und sind mit dem zufrieden, was wir haben, sondern machen uns ständig Gedanken darüber, wie wir euch noch besser unterstützen können, noch einfacher, effizienter und schneller durch euren Arbeitsalltag zu kommen. Und das Versprechen kann ich euch geben, das werden wir auch weiterhin tun. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und kann schon mal so ein kleines bisschen das nächste Video anteasern, denn da geht es dann um alle Steps, die nach der Installation stattfinden. Service, Wartung, Optimierung etc. Seid gespannt. Ich bedanke mich und wünsche euch gutes Gelingen weiterhin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.